Gut vorbereitet. Vertreter der regionalen Medien wurden heute Vormittag zu einer Pressekonferenz ins Landratsamt geladen. Kreiswahlleiterin Cornelia Panzert informierte ausführlich zum Ablauf der bevorstehenden Kreistagswahlen am 25. Mai. Außerdem wurden die Muster der fertigen Stimmzettel zur Ansicht vorgelegt. Wir haben die dieses Jahr wieder wie bei der letzten Kreistagswahl mit dieser Größe A2 gestaltet, auch um den Wählern von der Größe der Schrift her eine Wahl zu erleichtern. Wir haben eine Reihe von anderen Stimmzellen, auch aus anderen Landkreisen und so weiter gesehen, die manchmal kleiner waren. Da besteht auch die Gefahr, dass die Kreuze dann nicht mehr so deutlich gemacht werden können, sodass wir für die Wahlvorstände letztlich dann auch das Problem haben, dass die dann eine Entscheidung treffen müssen, ob das eindeutige Stimmabgaben sind oder nicht. Das Wahlgebiet ist in zwölf Wahlkreise unterteilt und es werden 3000 Wahlhelfer im Einsatz sein. Die Wahlleiterin hofft auf eine hohe Beteiligung. Bei den letzten Wahlen lag sie unter 50 Prozent.